Okay, neuer Run-Chat! Let's go! Äh, lasst uns, äh, heute ein paar Greed-Mode-Runs machen. Weil der Plan war ja, dass ich endlich The Lost grinden kann. Und damit wir Lost grinden können, wäre es cool, den Holy Mantle zu haben. Und um den Holy Mantle zu haben, ähm, müssen wir einige Münzen rein spenden in den Automaten beim Greed am Ende. Ähm, das heißt, wir können heute ein paar Runs machen. Mal gucken, ob wir auf die Münzen noch kommen. Ich glaube, ich bin schon bei 300 Münzen oder so. Deshalb, lass einfach mal machen. Mal gucken, was das wird. Mit Lilith Greed? Ist doch immer geil, oder? Wir machen wie immer eine Gun-Bahn, ne? Gleich nach dem ersten, nach der ersten Ebene. Aha! Es gab ein Update für Rebirth. Ich hoffe, sie haben Chat-Ley rausge... äh, rausge... rausge... patched, Alter. Kann er was raus? Hm, ja, it's okay. Let's go! Die Six, ist die Six so geil, ähm, im Greed-Mode? Vor allem nicht mit Lilith. Da muss ich ja meine Box weglegen. Mit Lilith ist das nicht so geil. Ich meine, man kann es einmal für sie mitnehmen und gleich irgendwie was rerollen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Alter, heute wird ja alles geupdatet! Updates it! Aber Scheiße, habe ich gar nicht gesehen, dass da eine Fliege ist. Ding, ding! Ding, 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 ding! Ganz schön viel los hier. Dieser eine Scheiß-Wurm. Kann er bitte sterben? Wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht, äh, Bandage-Ball oder, ähm, Cube of Meat, ne? Dann könnte ich damit ein Achievement freischalten. Nein, nein, der nächste Update! Konsole das erste Mal seit Jahren an Internet angeschlossen. Gefühl. Ja, mit Lilith sollte das doch eigentlich ein Easy Run sein, oder? Sollte. Die Makapaka-Punk-Version war jetzt aber auch einfach viel zu gut, ja. Die geilen Greed-Runs, die wertlos sind, weil wir eh mit jedem Charakter nochmal Greedier machen müssen. Ja, das ist halt, das ist echt frustrierend. Das ist richtig frustrierend. Lass mal von den Zuschauern Kegis-Songs erstellen und review die dann, Alter. Mit der, mit der AI, oder was meinst du? Morgen dann Freitag-Songs. Ähm, ich denke mal, wir machen den Boss, weil wenn ich den Raum verlasse, dann verliere ich ja meine, meine Freunde. Ich dachte schon, du wolltest kreativ sein und selbst Songs schreiben. Aber wir haben 2,24. Da schreibt man keine Songs mehr. Da lässt man sie schreiben. Kann er bitte sterben? So, und dann noch den Devilie, ne? Nehmen wir auch noch mit. Mal wie er gerade den Ding jetzt blockiert. Last. Die Lust. Der lange Wurm blockiert die Lust. Death's Touch. Starker Start. Okay. Zwei Pillen. Experimental Pill. In Feste. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir holen uns so einen sicken Schlüssel, ne? Evil Eye, was war das? Ist das geil? Heute Morgen durch Zufall nochmal dein Ich-Wurde-Gehack-Video gesehen. Wusste man am Ende eigentlich, was letztens die Quelle war? Ne, keine Ahnung. Ich denke mal, ich habe irgendwo irgendwie draufgeklickt, dass ich dann so einen Keylogger oder so hatte für meinen, ähm, Google Chrome, I guess. Hm. Ich muss das unbedingt mal weiterspielen. Ja, let's go. Jetzt, während ich streame, nebenbei. Ähm. Ja, wir lassen liegen, ne? Wir gucken uns den Shop auf der nächsten Ebene an. Gegner? Schade. Ach, jetzt kommen da so Augen raus manchmal. Die dann auch meine Tränen schießen, ne? So, machen wir eine Gamba-Chat. Ich habe gerade so einen Spaß mit Zuno, ey. Das ist so funny. Hast du dir einen Account geholt? Also, bezahlst du Geld dafür? Ähm. So. Oh, Vorhersage starten. Schafft er den Run? Ja. Nein. So. Gibt es eigentlich so vorher, äh, so Gambas auf YouTube? Ich glaube nicht, ne? Oh, nice. Tiers up. Dann könnte ich zwei Gambas gleichzeitig starten. Aber es gibt ja auch gar kein Punktesystem auf YouTube, ne? Äh, so. ist jetzt auch nicht so einladend, ne? Machen wir jetzt mal den Schlüssel. Gross. Das bringt mir gar nichts. Arme YouTube-Zuschauer können nicht spielsichtig werden, ja, Mann. Voll schade. So, ich darf natürlich auch nicht zu viel Geld ausgeben in den Shops für Items, ne? Weil ich muss ja auch sparen. Ähm, am besten so viel wie möglich. Am besten sogar die 99 Münzen mitnehmen. um am Ende alles in die Maschine reinzuwerfen. Wird natürlich ein bisschen schwierig sein, alle 999 mitzunehmen, weil ich will ja auch noch irgendwie gewinnen. Aber ja, mal schauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie schnell er spamt. Ich bitt jetzt meine Boxen, ich bin ein Opfer. Oh mein Gott. Ich hab die Box nicht genutzt, ne? Ich glaub, ich hätte sie vielleicht fast jetzt einmal mehr benutzen können. Bisher hab ich jede Wette gewonnen. Bitte geh nicht ins Casino. Oh, die Sensen sind schon geil, ey. Wie sie ja durchsäbeln. Ui. Zweimal derselbe Box. Ui. Ich glaube wirklich, dass Keggy gewinnen wird. Aber guckt euch diese Ratio an. Also sagst du, da gibt es viele Punkte, wenn ich verliere? Ja, ja. Beides scheiße. Also der Wurm ist ganz nett, wenn man halt rote Herzen hat. Und Bad PhD ist halt ganz gut, wenn man Pillen nimmt. Aber ich würde wahrscheinlich eh keine Pillen mitnehmen. Wobei, wir hatten hier eine Dreierpille, ne? Ich hätte mit dieser Dreierpille, wenn die schlecht ist. Aber gut, danach kommt ja eine andere Pille für drei, ne? Ich hätte damit vielleicht echt stark hochstacken können, oder? Mit Bad PhD. Ist das weg? Ne. Ja, ich lasse alles liegen. Wir gucken uns den nächsten Shop an. Die Augen sind ganz cool, die da rumfliegen. Haben die, äh, Chat, was ist die Bedingung, dass die spawnen? Haben die irgendwie, ähm, haben die irgendwie, basieren die auf Lack oder so? Kann man den YouTube-Chat auch einblenden? Ne, das ist laut Twitch-Regeln darf man das nicht machen. Also ich sehe dich, ich lese dich, aber ich darf das wohl nicht einblenden. Sonst kommt die Twitch-Polizei. Boah, wer spricht da? fucking Twitch. da ist überhaupt Twitch so weit gegangen ist, dass sie überhaupt erlaubt haben, Multistreams zu machen. Das ist ja schon, das ist ja schon sehr, sehr fortschrittlich, ne? Darf man den Chat eigentlich über Voice-to-Speak vorlesen? Äh, theoretisch kann ich, ich habe ja so eine neue, neue Twitch, äh, neuen Chat, damit ich beide Chats gleichzeitig sehe und dann, kann ich den jetzt machen hier. Funktioniert das? Keoma Assets Damn smart Damn smart Winox 123 Icaras Icaras Bufab Text to Spieach heißt das ja Stark SK Puppet 0 Wow Gapangs Seite truff Kegi stinkt Ey, Stopp! So, wir hören jetzt auf. Ja, ich denke mal, die Regelung ist halt da, wegen, ähm, Twitch will halt wahrscheinlich, dass man auf anderen Plattformen streamt, ähm, um andere Leute auf Twitch rüberzuholen. Wenn du dann sagst, yo, ich darf den Chat nicht einblenden und so, dass dann vielleicht Leute auf TikTok, auf Facebook, auf Kik oder auf YouTube oder so da sitzen und sich denken, hm, das ist ja doof, dann will ich ja auch lieber in den Twitch-Chat rübergehen. Na? Ich denke mal, sie wollen so mehr Leute auf die Plattform rüberholen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Oder hat jemand eine bessere Theorie? Boop-Boop-Boop-Boop-Boop-Boop-Boop-Boop-Boop-Boop. Boah! Noh! Wieso beleidigt ihr euch jetzt? Scheiß Freaks Bro, bri, bro, 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 bri, bro Wo ist der Pimmel? Friss meine Sensen Mein Sturm an Sensen Ja 68 Münzen 69 Münzen Lol, funny number Oh, zum Glück habe ich Death's Touch Da ist der Wurm damit recht einfach Sonst wäre er ja schon Lastig Ja, da ist eine Scheiße drin, oder? Oh Leute, das linke? Das nehmen wir, ne? 7 Damage, Alter Ich kriege halt in den Shops nichts, ne? Ich nehme da nichts mit irgendwie Ich müsste vielleicht mal HP stacken, ne? Aber ich warte auf einen Shop Mit irgendwie Äh, wo Ein Item nur 7 kostet 7 Münzen kostet Und direkt schon Ein halbwegs Interessantes Item ist Nicht zum Beispiel wie vorhin Als das ein 7 gekostet hat Und, ähm Ähm Da ein D6 war oder so Oh, Schlüssel Nice Auf Twitch hat man auch immer Angst Erstmal einen fetten Timeout zu kassieren Ist das so? Chat, wie sehr habt ihr Angst? Dass ich euch Timeoute? Wie sehr lebt ihr in Panik? Ist die Batterie nice? Ist das irgendwie so eine Batterie Wo das automatisch auflädt? Ne, das war die Autobatterie, ne? Ich benutze mal meine schlaue App Activated Collectibles Can be overcharged To allow for an additional use Was? Die Angst gibt mir den Kick Ich schreie vor Angst immer Okay, Schüsseldienst werden wir jetzt Timeouten Ah, Joke Aber das ist bestimmt jetzt richtig laut geschrien Achso, das ist einfach eine Overcharge Achso, okay Ja, steht da auch Overcharge, ne? Ja, bringt mir nicht so viel Ja, wir können Ein paar Moneten weggeben Um den Spaß zu rerollen Aber ich sollte das mit diesem Damage noch schaffen Die Ebene, ne? Und dann vielleicht haben wir im nächsten Shop was geiles Hä, wo ist die Musik hin? Achso Es kommt keine Kampfmusik Sollte nicht so eine Bossmusik laufen? Ne, die läuft nur bei Bossen, ne? Das ist ja kein Boss Wie ich einfach bisher kein einziges Item gekauft habe, ne? Nur, nur Schlüssel Aber wir müssen auf jeden Fall shoppen gehen Ich brauche Herzen Weil ich werde nicht mit so wenig Herzen, glaube ich, Greed schaffen, oder? Ich habe die ganze Zeit vergessen, die Box zu benutzen Ich bin so schlecht Die Box ist sehr gut für Lilith Besonders für Greed Ja, aber ich benutze die Box ja in der Regel immer Direkt In der Regel Deshalb wäre Overcharging jetzt gar nicht so interessant Ah, ich bin relativ nirgendwo Ah, wie schnell die sind Jo, was? Da kommt eine Bombe Leute, ich brauche Ich brauche Ich brauche Heilung Ah Scheiße Das lief ja gar nicht mal so gut Oh, lol Rest behalten wir für die nächste Ebene Ich überlebe das schon Ah, Bomben! Das ist eigentlich auch doof Jetzt den Devil Deal zu starten, oder? Weil ich laufe jetzt nur Gefahr, Leben zu verlieren Obwohl ich 100%ig den Devil Deal jetzt nicht nehmen werde Bei so wenig Leben Das ist gerade einfach nur Time Waste Und Gefährlich Boah! Wir nehmen Amaddon mit Okay Scheiß auf das rote Herz Das war auch irgendwie so ein Batterie-Item Ist das ganz geil hier im Greet? Battery back Recharges Isaacs currently held active ultimate drops Zwei bis vier Batteries Ne, bringt mir nichts Alles kalkuliert! Als du angefangen hast Isaac nochmal komplett neu zu machen Auf der PS5 dachte ich mir meine 100 Spielstunden Dachte ich mir mit meinen 100 Spielstunden Aha, der zeigt mir alles Und ich bin irgendwann auch ganz weit Und? Habe ich dir jetzt alles gezeigt? Bist du jetzt auch ganz weit? Das war das Tears Size Oder war das Tears Up? I'm not sure Lower the Tear Delay in Isaacs left eye Causing his eye to fire at different rates Ich habe keine Augen Jetzt macht den Tears Cap höher Ja, ich schaffe die Ebene ohne Mit dem aktuellen Damage, ne? Ja, die spawnen in mir, Schweine! Unsichtbar Was hat mich getroffen? Gehen wir shoppen, Leute? Ne, ne? You made a baby! Die Hunge Diese Sensen Yo, 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 yo Da war ein Bossgegner Der ist weg Äh, Devil Deal lohnt sich nicht, ne? Wobei, gibt Devil Deal Geld, Chat? Also wenn ich jetzt das mache Gibt es da noch Geld? Ich bin mir gar nicht sicher Gibt es da noch Geld? Und Drunken Annual Was geht ab? Das musst du noch alles anlocken Sehr viel Ich muss noch sehr viel anlocken Ich bin gerade irgendwie bei Äh, 310 Achievements Manchmal Black Hearts Ein Black Heart Ja, der ist Das Baby ist schon nice, ne? Aber ich muss Ich muss Leben sammeln Wir sind schon Wir sind schon recht stark Wir müssen ein bisschen sparen Das Baby ist schon nice, ja, aber Boah, ist alles scheiße, ne? Ich brauche Ich brauche Ich muss halt irgendwas kaufen Damit ich Geld Äh, damit ich ein paar Herzen bekomme Oder so Komm, der kostet nur 3 Den snacken wir uns Komm, ich habe das Geld wieder raus Manches lohnt sich? Ne, lohnt sich nicht Ich blick dir mal die Bombe hier hin Ja, blauer Stein Blauer Schmein Aber da hier gibt es Cash Das war Evil Up, oder? Das gibt ein schwarzes Herz Das ist halt 15 Münzen Für ein schwarzes Herz Lohnt sich halt so gar nicht, ne? Grants Isaac One Black Heart Und spawnt Ein paar Bomben Ja, ich muss halt hoffen Dass vielleicht ein 7er Item kommt Als ob Es kommt kein 7er Item, Leute Das Auge war, glaube ich, ganz nett Das war Tiers Up, oder so Wenn ich überhaupt noch Tiers haben kann Wieso Greed Mode Grind? Ja, ich brauche Holy Mantle für The Lost Auge war Damage Kein, kein Tiers Up Ich brauche halt ein 7er eigentlich Damit ich vielleicht dadurch Easy ein paar HP Ups bekomme BFF Let's go Oh, ich wollte dodgen War zu schnell Nein, der ist so ein Ding Scheiße Er muss sterben, bevor die nächsten kommen Er stirbt nicht Ah Ah, Fuß Fuß, Hand Hand, Fuß Ich vergesse die Box Ich bin so dumm Und wenn ich jetzt noch einmal benutze Dann habe ich bei Greed Auf jeden Fall nur eine Aufladung Hey Da wird er mies gelasert Aber er ist ein solider Run, wa? Ist ein bisschen knapp mit dem Leben Gupi Nee Schwarzer Herz Blau ist auch gut Schwarzer Herz Trash Ja Ich denke, wir behalten alle Münzen Und gehen zum Boss, oder? Da ist er Greedy Ja, ich brauche ganz viel Geld Weil ich, wenn ich jetzt re-rolle Und dann kommt, sage ich mal Wenn ich jetzt irgendwie 5 Münzen verbrauchen muss Zum re-rollen Dann re-rolle ich Habe ich 5 Münzen verloren Bin bei 62 Und dann, wenn ich Glück habe Kommt ein 7er Item Mit einem HP ab Und dann bin ich schon bei 55 Münzen Hab ein Herz mehr Nee, komm, scheiß Scheiß drauf Ich beweise jetzt meinen legendären Skill Ah Sorry Okay, focus. Okay, focus. Okay, focus. Easy game. Easy game. Okay, jetzt alle 92 rein. Was ein geiler Run. Schön 92 Münzen reingeballert. Einfach geil. Macht mich einfach wild. Ja, das war doch ein guter Start für den Anfang, oder? Aber mit Lilith ist auch immer easy, ne? Mit ihr ist immer easy. So, mit dem können wir dann... Der Effekt der Run, um kurz in die DMs zu schauen. Yo, wie riesig der ist, Deschke. Boah. Junge. Aus dem Winkel hab ich auch noch nie fotografiert. Der sah immer viel kleiner aus. Der sah immer viel kleiner aus. Hast du irgendwelche Pillen geschluckt? Hast du den gemacht, Deschke? Heute gibt es wieder, die Sagnets Keggy. Und bei Rosin später, sag ich Leggy. 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 Gönnt dem Streamer doch mal etwas Cash. Das geht ganz einfach mit Ausrufezeichen. HelloFresh. HelloFresh. Wir sind die Community, stark und loyal. Supporten den Streamer, immer royal. Ich bin loyal. Kommentare fliegen, im Chat ist es laut. Streamer leben, das ist unsere Hauptrolle. Streamer leben, hier ist unsere Welt. Wir halten zusammen, in jedem Moment. Jeder Moment. Streamer leben, wir geben nicht auf, nicht auf. Immer weiter, immer nach vorne, immer top, immer top. Immer weiter Feuer, Leute! Ja, aber es war wirklich Jungs-WG, ne? Einfach irgendwie so eine Jungs-Mädchen-WG-Intro fast schon. Starker Song, Deschke. Starker Song. Wie kriegt man das denn hin, dass die den ganzen Song machen und nicht nur Vers, Vers, Chorus? Wie kriegt man das denn hin? Muss man dann selber einen kompletten Text schreiben, der super lang ist? Ohne Generator? Mit Geld geht das nur? Ah, okay. Das erklärt dann einiges. Banger Song. Dass du ihn so schnell komponiert hast, stark. Das fressen wir auf! Damage. Die Kegi-WG. Die Kegi-WG und dann ziehen dort ein Dimitri, Stierni, Negi, Kegi, Swaggy Kegi. Cringe. Okay. Noch ein Versuch, Chad. Engel kann nix. Dankeschön für sechs Monate. Das Lyre ist sogar ziemlich stark. Hast du die Würmer im Greed, ne? Wenn du die dann in der Zeit nicht schaffst zu töten, dann kommen halt noch mehr und dann kommst du dem Wurm nicht mehr hinterher, weil er sich immer hinter versteckt, hinter den anderen Gegnern. Richtig lästig, Digga. Die sind auch schrecklich. Die Kegis sind gut. Können wir bitte einen Run haben, wo nur Kegis kommen? Ja, noch mehr Wür... Oh nein! Ich wurde getroffen. Oh, das sind zu viele Würmer. Okay, jetzt hab ich ein Problem. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Boah. Boah. Ja, das Ding ist, ich hab halt nur ein halbes Herz, ne? Ich könnt mir jetzt für drei Münzen dieses Herz kaufen. Im Greed-Mode rote Herzen kaufen, das ist schon ein bisschen traurig, ne? Aber hey. Ja, okay, komm, mach 20 davon! Junge, das erste Ebene im Normal-Mode, das ist nicht mal Hard-Mode. Ja, löscht dich! Ah! Ich hab's überlebt. Sorry. Chat. Wenn ich in der nächsten Ebene einen Angel-Deal haben muss, muss ich das Ding hier öffnen. Hat man 50 Credits pro Tag? Äh, ich weiß nicht. Also 50 auf jeden Fall das Maximum, was du haben kannst als Free-User. Du kannst nicht stacken. Du kannst nicht, wenn du jetzt eine Woche nichts machst, dass du dann irgendwie 200 hast oder so. Aber ob's jeden Tag ist oder so, keine Ahnung. Also ich skippe den Knopf, mach ihn in der nächsten Ebene und dann krieg ich ein Angel-Deal. Ist das richtig so? Nein. Ich muss den Knopf machen. Ich muss den Knopf machen, aber nicht in den Raum reingehen und dann krieg ich der Angel-Deal. So? Genau das. Okay. Wir holen jetzt noch ein Herz, Leute. Let's go. Let's go. Oh, das ist doch angenehm, oder? Dauert ein bisschen, aber ist auf jeden Fall nichts, wo man einen Schaden bekommt. Das hätte ich auch mit einem halben Herzen geschafft. Also wenn ich jetzt Damage bekomme, dann liegt es daran, weil ich jetzt so leichtfertig damit jetzt umgehe, weil ich hab ja eh schon mehr als ein halbes Herz, aber hätte ich wirklich ein halbes Herz, dann würde man mich hier nicht treffen. Weil dann würde ich mir mehr Mühe geben. Man muss eigentlich Isaac immer so spielen, als hätte man nur ein halbes Herz, ne? Und dann bist du gut. Ja, 13 verschwendet, ne? Was soll's. Okay, gehen wir in die nächste Ebene. Und dann starten wir auch eine Gamba, ne? Wie sieht denn die Gamba diesmal aus, Leute? So. Ich hab fast Werbepause gedrückt. So. Vorhersage starten. Schafft er den Run? Ja, nein. Let's go. Let's go, der Hase. Gelbe Spritze. Schlucken wir, ne? Shot Speed Up und Range. Oh, ne Damage Spritze. Oh, ne Damage. Oh, ne Damage Spritze, Leute. Vielleicht hätte ich die andere Spritze mitnehmen sollen. Dann hätten wir jetzt schon zwei Spritzen für die Verwandlung. Aber wir haben auch ein Siebener Item hier, ne? Wir nehmen DC. Damage und Range Up. Okay, let's go. Starker Start. Ah, die Boggertiers sind schon ganz cool. In Greed ganz nett. Dann kannst du dir einen Bogger da irgendwo platzieren bei einem Gegner und dann greifst du schon mal die nächsten an. Weil du weißt, mit dem Bogger wird er wahrscheinlich eh sterben. Ne? Wenn du so ein kleiner Kekko-Gegner bist. Ist schon ganz nett. Boah, was? Der rennt in mich rein. Aber voll Karacho. Boah, die sind echt scheiße gerade. Oh, das kommt noch mehr. Okay, das ist okay, aber es ist die letzte. Okidoki. Was macht diese Fernbedienung, Chad? Hättest vielleicht den Start abwarten sollen, bis Gamba durch ist. Wieso? Das war auch nicht so geil, ne? Ich glaube, das fressen wir auch. Ja, mir geht es halt darum, schickt mich in den Secret-Raum. Mir geht es halt darum, dass das ein Siebener ist. Darunter könnte vielleicht was Geiles sein. Soll ich Creepshot fressen, Chad? Oder mitnehmen? Was sagt ihr? Einsaugen oder mitnehmen? Nimm, friss, friss. Miam, miam. Damage. Nice. Und Luck. Sehr gut. Das war lucky. Ok. Zweimal Sloth. Schaffe ich noch, wenigstens ein Sloth zu besiegen, bevor der nächste Boss kommt? Oder besser gesagt, schaffe ich es Sloth zu besiegen, bevor er 200.000 Würme spawnt? Sogar beide schaffe ich noch. Ey! Gott. Gott. Im Videospielen. Ok, jetzt wird es knapp. Was macht das Ding hier? Frech. Ah! Ah! Damage und Luck ist sehr stark, ja. Ok. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt Sacred Heart bekomme. Einfach Sacred Heart. Let's go. Oh, die schwarze Spinne. Ah, nein! Ach du Scheiße. Wolfgang! 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 Oh! Habt ihr den gesehen? Habt ihr den gesehen? Wie er auf mich zugerasst ist? Oh, Junge. Okay, ähm. Gehen wir doch in die nächste Ebene. Ich hoffe, dass ich dort in der nächsten Ebene ein Herz bekomme. Nein, ich kaufe mir kein Herz. In der nächsten Ebene liegt bestimmt irgendwo ein Herz auf dem Boden rum, oder? Und du und Ruffy, danke schön, für 13 Monate mittlerweile. Danke schön. Es kann sein, dass wir Pech haben und auf der nächsten Ebene kostet das halt 5, ne? Und wenn eins dort irgendwie einfach nur so rumliegt, wir werden es eh wahrscheinlich brauchen, wenn es nur so rumliegt, ne? Komm. Wobei, ich hab, fuck, ich hab blaue Herzen. Na, ich hätte es nicht mitnehmen sollen. Ich hab blaue Herzen. Ja, ich hab nicht auf die blauen Herzen geachtet. Scheiße. Hätte ich liegen lassen sollen. Guck mal, ich krieg noch mehr blaue Herzen. Ja, hätte ich liegen lassen sollen. Naja. Ähm... Da ist ne Zwiebel. Die nehmen wir mit, ne? Mit den Bogartiers könnte das ganz cool sein. Nehmen wir noch einen Schlüssel mit. Ähm... Der war nicht so spannend, ne? Den, den schlucken wir gleich. Die drei Mützen werden noch den Run kosten. Ja. Muss es ja zu dunkel hier sein? Ich seh doch gar nichts. Kann ich nur am Rücken irgendwas von denen kleben? Es kommt doch mehr Borgers. Mehr Borgers. Brauch mehr Borgers. Ja, halt dann noch mehr von denen pimmelgesichtigen Schweine. Puppel ist drauf. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Dann kommt noch ne Welle. Oh, der Borgger war richtig gut. Der war wichtig. Wie er geplatzt ist und alle mit sich genommen hat. Bock auf Borgers? Bock auf Borgers? Und Anoria. Dankeschön für 15 Monate. Vielen Dank. Ähm. Ja, dann stucken wir das hier runter. Damage ab. Damage ab. Und Range. Stark. Stark, stark. Ja, Leute. Run gewonnen. Kostet der Schlüssel zufällig drei? Ne, beide fünf. Wohl eher Bock auf Poggers. Genau das. Schon wieder derselbe Wurm. Hat sich das Ding gerade einfach vermehrfacht? Nach oben kann er nicht schießen. Das ist seine Schwäche. Schlecht. Meine Schwäche ist, dass ich atme. Power. Okay. Aber das sind doch keine Borggers, sondern Pilzinfektionen. Hieß denn hier irgendwas mit Borggers? Äh, Rosin kommt immer so zwischen sieben und acht. Du meinst die Popel? Ja, die heißen doch Borgers. Die Popel. Borgers. Borgers. Ich bin so dumm, wie ich einfach stehe und warte, bis er mich anspuckt. Devil Deal? Ich wollte auf Angel spielen, ne? Boah, das 25 Münzen-Chat ist schon echt stark. Und Robo, äh, Rotten Baby. Ist beides eigentlich schon echt nice, ne? Wir nehmen beides mit. Hier wird gegönnt. Hier wird gegönnt. So, ansonsten waren wir bald drin, ne? Geld behalte ich für die nächste Ebene. Mit der Hoffnung, dass da vielleicht was Interessantes kommt. Unchristlich, aber nice. Der eine Run, in dem man Quarter aus dem Devil Deal kauft. Ja, das gibt's nur im Greed-Mode. Shot Speed Up. Boah, was ist das denn? Nicht mal ne Maschine! Das war Cursed Eye, ne? Das wollen wir nicht haben. Das wird gleich geschluckt. Meine Tränen sind halt arschlangweilig, ne? Ich hätte irgendwie was Cooleres. Was Spannendes. So ein paar Sensen wären cool, oder? Was ist passiert? Was ist passiert? Wieso kriege ich Damage? Hä? War da Pisser auf dem Boden? Da war Pisser auf dem Boden, ne? Ja, bei dem roten Boden ist das echt doof zu erkennen. Da war so Blutpisse auf dem Boden. Okay. Danke. So, dann schlucken wir den Shit hier. Zack. Damage Up und Shot Speed Up. Nice, ne? Ja, hier lassen wir alles liegen. Box of Friends und Inkubus. Die sollten eigentlich mal einen Charakter mit den Items machen. Das wär schon cool, ne? Cursed Eye oder wie ich unvoreingenommen sage der Run Winner. Ich denke nicht. Das wär vielleicht ein Winner für deine Punkte. Für dein Punkteportmonee. Oh nein, Kipp. Das geht ab. Zum Glück kam der als zweites. Nicht als erstes. Und dann hätte ich wahrscheinlich in den 25 Sekunden oder wie viel man da kriegt nicht geschafft. Und dann hätte ich jetzt hier Doppelbosskampf. Obwohl, mit den Bogatillos geht's eigentlich recht fix, ne? Mit dem Popeln geht's richtig gut. Okay. Angel, die... Ne, krieg ich ja nicht. Scheiße. Hab's mir versaut mit dem... mit Jesus und Gott. Nee, für 25 Cent und für Rotten Baby. Ich glaub, Gimpy lohnt sich nicht für drei Herzen. Oder? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Herz droppt? Wenn ich das nehme. Lohnt sich nicht, oder? Nicht hoch genug. Ist das auf Lack, oder ist das auf, ähm, eine feste Prozentzahl? Was passiert, wenn du die, äh, DD-Items schluckst? Geht das überhaupt? Äh, du kannst... Was ist DD? Damage, meinst du? Ach, Devil-Deal-Items. Nee, die kannst du nicht schlucken. Die sind ja nicht gekauft. Wenn's ein, ähm, wenn's ein Podest-Item ist, dann könnte ich's kaufen, dann wieder mein, 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 mein Portal nehmen und dann da einsaugen. Du musst aber Feuer kaufen. Wie im Shop halt. Nee, klauen kannst du leider nicht. Oh, das ist ein All-Stats ab, ne? Oh, beides gut. Luck-up und Damage-up. Let's go. Let's go. Äh, ein Zehner, aber der kostet nur zehn, weil's die Pille ist, oder? Wenn ich das jetzt kaufe, ist das nächste Item wieder 15, oder, Chad? Oder wie war das? Das nächste wird ja 15 sein, ne? Die Tränen sind so langweilig, aber so effektiv, ja. Das sind halt die Boccas, ne? Die sind recht stark. Und dann hab ich recht ne hohe Tears-Rate und halt hohen Damage, ne? Das ist ja oft so bei Apollyon, dass die, die, die Tränen dann am Ende recht langweilig sind, weil man eh alles schluckt und dann nur hohe Stats hat, aber keine besonderen Items. Ich mein, guck dir meine Items rechts an. Ich hab ja gar nix am Start, Alter. Okay, dann re-rollen wir das mal. Komm schon, ein Siebner. Komm schon. Komm schon, ein Siebner. Oh, der ist ein Siebner. Ey, da kommt nur Scheiße raus. Monkeybrain sagt Nimm. Monkeybrain sagt Nimm. Das ist ein Laser. Ich kann sie forever sehen. Experimental-Pille mit Plus-Glück. Lockdown. Wow. Wie gewann so zerronnen. Die Pille nehmen wir für die nächste Ebene gleich noch mit. Leute, Laser wäre eigentlich ganz fein. Ich weiß nicht, was mit meinen Popeln passiert, wenn ich jetzt Laser mitnehme. Habe ich trotzdem Popel? Bleiben die Popel, Chat? Müsstest du behalten, ja. Let's go! Let's go! Wir wollen nicht zu gierig werden, okay? Yeah! Yeah! Er hat mich getroffen. Ja, da war noch eine Spinne. Jetzt geht mein Laser durch die Wand und auf der anderen Seite kommt er wieder raus. Und dadurch, dass er immer so ein bisschen schief schießt, haben wir so zwei verschiedene Laser. Das ist quasi wie Double Shot. Ich glaube, der hat mich fast getroffen. Spoon-Bender wäre jetzt geil, sagst du? Backstep, Leute? Backstep wäre vielleicht ganz, gar nicht so verkehrt, oder? Weil ich schieße ja dann durch die Wand, es kommt auf der anderen Seite wieder raus und schieße ihm ja in den Rücken, den Gegner, oder? Ist das nicht dann voll gut mit dem Laser, den ich habe? Ist der gerade dicker? Nee, glaub nicht. Ich muss halt Geld sparen eigentlich, ne? Aber ich will wissen, was das Item da drunter ist. Er spawnt einfach im Feuer. Einfach geboren, um zu sterben. Oh, lol! Krampi, mein Guter. Ja, gucken wir uns mal an, was der Devil Deal so gibt, ne? Der Devil Deal gibt mir auf jeden Fall einen ziemlich spaßigen Kampf. Oh, Junge. Aber Laser regelt schon. Nee. Oh! Chat conjoined? Ich habe Rotten Shit und irgendwelche kleinen Babys noch mit mir herumlaufen. Die kleinen Babys zählen nicht dazu. Ich könnte es nehmen und hoffen, dass wir im Shop noch einen bekommen. Komm, ich gamble drauf, dass wir noch einen bekommen. Dann hole ich mir Backstep. Dann hole ich mir Double Shot. Der Laser ist weg. Ah, da kommt ein Laser raus. Yeah! Yeah, let's go! Ja, let's go! Ja, kurz den ganzen Raum einfach mal tasern. Das ist ja schon die letzte Ebene. Ich wollte vielleicht noch einen Minion kaufen, Chat. Ich glaube, wir kaufen uns keinen Minion, oder? Komm, ich spreng das Ding und dann kommt ein Minion raus. Oh, lol. Turret Chat. Moment, ich habe Blankard und Tour of Diamonds. Moment mal. Moment mal. Momentchen! Also, ich habe eine Karte, mit der ich mein Geld verdopple. Und dann habe ich hier eine Blankard. Das ist ein Item, mit dem ich die Karte, die ich trage, den Effekt kopieren kann. Das heißt, wir kaufen jetzt die Karte. Chaos Control! Und jetzt benutze ich die Blankard. Wenn ich Blankard benutze, dann würde ich 11 Münzen wegwerfen. Wenn ich jetzt erst ein Item kaufe, dann bin ich bei 40 Münzen. Ich glaube, ich kaufe, wir verschwenden kein Geld. Erst Blank, ne, wenn ich jetzt Blankard benutze, verschwende ich ja Geld. 11 Münzen. Ich kaufe erst ein Item, dann verdoppel ich, dann gehen wir wieder raus. Warte. Dann gehe ich wieder raus, lade das Ding wieder auf. Okay. Okay. Ja, ich denke mal, doch, wir holen. Chaos. Pjotr. Dann benutze ich die Blankard. Jetzt habe ich wieder 80 Münzen. Wir haben dieses Batterie-Item. Mit etwas Glück droppt das mir Batterien, dann nehmen wir das hier mit und dann könnte ich einmal alle Items hier re-rollen. Quatsch. Shot. Jetzt sind wir bei 50. Bruh! Das sind diese Mini-Brimstones. Ich weiß nicht, was passiert mit meinen Tränen, wenn ich diese Mini-Brimstones nehme. Nee, wenn ich jetzt die Karte benutze, ich sammle jetzt noch ein paar Münzen. Dann lädt sich, wie viele Aufladungen sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Schaffe ich zwölf Aufladungen? In einem Durchlauf? Da sind ja zehn plus Boss plus war das nicht? Zehn mal zehn, zehn, zehn Wellen und dann zwei Bosse? Egal, was ich mache, es lohnt sich auf jeden Fall nicht, jetzt schon zu benutzen. Okay, let's go. Geil! Geiler Run! Die öffnen ihre Gesichter nicht. Da sind Batterien, Chad, da sind Batterien, Chad, Chad, da sind Batterien! Die öffnen ihre Gesichter nicht. So, was ist die letzte? da kommt noch eine. So, jetzt. Kann ich aufhören. Jungs, Kopf hoch. Ich werde die niemals töten, oder? Selten den Song so lange gehört. Er hat kurz rausgeguckt, weggelasert. so. Wir nehmen jetzt die kleine Batterie mit. Also sind das beides kleine Batterien, oder sind das beide zwei große Batterien? Ich bin gerade so verwirrt. Sind das zwei kleine oder zwei große? Das sind zwei kleine? Okay. Dann kaufen wir Einmal den hier. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Okay, ich schieße trotzdem diese Dinger über meinen Kopf drüber. Dann benutzen wir jetzt die Karte. Ähm. Soll ich Toxic Aura kaufen? Warum auf YouTube? Äh. Ich mache auf beiden gleichzeitig. Wieso nicht? More Sex. Wir können Damage noch holen. Boah, ich guess, wir holen die Spritze, ne? Sex wegen Batterien. Aber wir sind schon letzte Ebene. Ich weiß nicht, was war dieser Free-Dollar-Bill? Was macht der Free-Dollar-Bill? Kann ich damit was umsonst holen? Gives Isaac Random-Tier-Effekt. Every few seconds. Könnte ganz lustig sein, ne? So. Ähm. Wir können noch den Wurm mitnehmen. Okay. Chat, ich denke mal, wir gehen jetzt letzte Ebene, ne? Ich benutze die Karte noch nicht. Junge. Wieso nicht Adrenalin? Macht das nicht so, dass wenn Gegner irgendwie sterben, dass sie dann platzen und dann fliegt da was raus aus denen? Der Penis-Chat. Der riesige Penis. Das war ein Damage-Up, oder? All-Stats-Up. Okay, nice. Rosary brauchen wir nicht. Okay. Ähm. Dann nehmen wir noch das Herz mit, I guess. Äh, das Herz. Ja, das Herz mit. Rosary sind vier Herzen? Gibt das nicht nur ein blaues Herz? Es gibt vier blaue Herzen? Okay. Also theoretisch können wir noch ein Item kaufen. Aber ich brauche das alles eigentlich gar nicht, ne? Okay. Lohnt sich alles nicht wirklich. Eins könnte ich halt noch kaufen und dann Karte benutzen. Aber es bringt mir halt nicht wirklich was. das Einzige vielleicht das hier. Dann habe ich halt eine Spur hinter mir. Aber die beiden bringen nichts. Nee, mir bringt ja nichts zu sparen. Ach, das löst sogar meinen Tierseffekt aus. Ja, dann nehmen wir mit. Nice. Obwohl, ich hätte theoretisch sogar noch mehr spenden können, ne? Rosary gibt drei blaue. Ach, schade. Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht. Theoretisch hätte ich ja auch eigentlich 99 Münzen mitnehmen können, die Hälfte davon spenden und dann die Tour of Diamonds benutzen. Ach, scheiße. Naja, was soll's. Was soll's. Da war ein Gegner. Juge, wie viele Blitze da kommen. Ja, 99 sind auch gut, aber ich hätte theoretisch mehr reinbekommen können. Ich muss nicht mal zielen, glaube ich, ne? Ich muss einfach nur schießen. Na, alle Münzen weg. Vielleicht droppe ich jetzt noch ein paar Batterien. Greed, wer? Aber er gönnt gerade gar nichts. Er gibt gar keine Batterien. Lolo, 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 lolo. Muss er irgendwie getroffen werden, damit er was macht? Oh. Leider nur eine kleine. Brown Nugget. Alle Nuggies. Und Schmofi, Dankeschön. Für sechs Monate. Vielen, vielen Dank. Und Wienke vorhin. Dankeschön für 18 Monate. Einfach 18 Monate schon. Hoffe dir, deiner Familie und dem Chat geht's gut. Chat, uns geht's doch gut, oder? Nicht immer, aber ansonsten, wir atmen, wir leben, wir trinken, wir essen. Schlechter kannst du doch gar nicht laufen, ne? Nö, doch, dir hat das jetzt gut zu gehen. So, eine Bombe haben wir noch. Ne, zwei noch. Ui, komm schon. Da kann Batterien rauskommen. Ui, schade. Eine Aufladung. Eine. So, wie viel darf ich reinmachen? Ähm. Ich hab Greedia jetzt schon freigeschaltet. Ich kotze. Ab jetzt werde ich alle Runs nur noch versauen. Das heißt, wir können auch einen Lilith Run machen. Teilt sich die Maschine im Greed-Mode das Geld mit dem in einem Greedia? Ja, Greedia ist Greed-Mode in Hard. Die teilen sich. Scheiße. Ich will nicht in den Greedia gehen, Schett. Dann tu's nicht. Ja, muss ich aber. Ich muss mit allen nochmal jetzt Greedia machen. Da sind zwei unterschiedliche. Nee. Haben jetzt mehrere Leute ja gesagt. Also, denke ich mal. Und Kumpel, danke schön für deinen Prime-Sub. Bei Greedia wird's nicht mehr so sahnig laufen wie gerade die zwei Runs, ne? Und da werde ich dann am Ende nicht so viel Geld haben, um die zu spenden. Schau mal lieber nach. Es haben gerade mindestens zwei Dead Gods im Chat geschrieben, dass es nicht so ist. Ey, dass es so ist. Die Dead Gods werden wohl schon recht haben, oder? Äh, Chat, ich geh kurz pinkeln und dann machen wir noch nen Greedia Run. Äh, mit Vergotten vielleicht. Ich hab Bock auf Vergotten. So, let's go, Leute. Forgotten Greedia. Das wird jetzt nicht so einfach. Das ist jetzt der Hard-Mode vom Greed. Aber der kleine, der kleine Bangle hier, der ist eigentlich recht stark, ne? Der ist eigentlich recht stark. Der ist ja eigentlich starki stark. Ui, ne Spritzi. Na, äh, nochmal nen Run mit dem Scheiß-Item. Was passiert da? Shiva, alles in Ordnung? Belieben lohnt sich. Das sowieso. Okay, let's go. Oh mein Gott, ist das schwer. Oh mein Gott, ist das schwer. Holy shit, ist das schwer. Verdammt. Die Gegner sind schneller, ne? Deshalb treffe ich die nicht. Das ist viel zu schwer. Schön an die Wand kloppen, den Jungen. Junge, wie schwer das ist. Boah, ich schwitze schon. So schwer ist das. Doge-Meister. Manche nennen es Glück, ich nenne es Skill. Wo, wo, wo. Wow, reingelaufen, Lolsky. Jetzt kein Damage bekommen, sonst verliere ich das Herz. Oh! Kein Damage bekommen, kein Damage bekommen, kein Damage bekommen. Kein Damage bekommen. Hui! Hui! Okay. Du schwitzt auch auf dem Weg zum Supermarkt. Das ist eine dreckige Lüge. Nur wenn ich warm angezogen bin. Und leider bin ich immer warm angezogen, weil ich mir denke, das ist viel zu kalt und ich hasse frieren. Ich denke, wir nehmen den Schlüssel mit. Aber nicht, weil ich schwitze beim Gehen. Oh, der Finger war nice, oder? Nein, nicht jedes Mal. Entweder ich schwitze, weil ich zu warm angezogen bin oder ich friere, weil ich zu wenig angezogen habe, weil ich denke, heute ziehe ich mich richtig an. Wow! Ja, ihr rennt doch nicht rein, wie so ein dummer Wicht. Ach du Scheiße. Ich renne da hin, wie ein Schwein. Oh nein! Okay, ich hab ihn. Wow, wie schnell der ist. Aber der rast ist doch nur einmal, ne? Ah! Ich hab mein Herz verloren! Schade! Ja, alles Scheiße, lassen wir alles liegen, ne, Chat? Lassen wir alles liegen, die dreckige Drecksscheiße. Dreckige Drecksmüll. Also, der gibt halt ein schwarzes Herz, aber das brauchen wir nicht. Die Curses macht er weg, aber das brauchen wir jetzt auch nicht, glaube ich. Wir brauchen den ganzen Dreck nicht. Wir schauen uns in der nächsten Ebene um, vielleicht gibt's da was Schönes. Ja, zwei! Erste Ebene. Das ist der Hard-Mode-Chat. So hart ist der. Oh Mama! Nein! Das hat mich getroffen! Ich bin in der Wand. Ja, wir spielen auf Angel Deal. Es ist noch nicht over. Es ist noch lange nicht over. Ich laufe gerade heiß. Gibt's hier ne Bombe oder so? Ne günstige? Ne, ne? Schade! Double Trouble. Macht das Sinn, zuerst Afterbirth Plus zu zocken und dann Repentance oder soll man direkt mit allem starten? Mach direkt alles. Weil du schaltest ja beim Spielen von du schaltest ja du musst ja eh alles von vorne machen. Sag ich mal. Und während du Afterbirth Plus Zeug freischaltest, schaltest du natürlich noch nebenbei auch schon Repentance-Zeug frei. Das ist ja blöd sagen, hol. Wenn du eh vor hast, beides zu holen, dann hol direkt. So, ja, das sind richtig grandiose Scheiß-Items. Genau, das kommt auch noch dazu, weil das Repentance alles so ein bisschen getweakt und verändert hat und wenn du halt Afterbirth Plus jetzt richtig grindest irgendwie 200 Stunden, dann wird Repentance für dich quasi falsch anfühlen, bisschen weird anfühlen. Du wirst dich plötzlich fühlen, als wärst du viel, viel schlechter, weil alles so ein bisschen getweakt wurde. Ja, let's go, ne? Oder ich drehe mal an der Maschine. Bogartiers-Chat? Spore-Chat? Das sind keine, die heißen Spore, nicht Bogger. Wieso sag ich immer Bogger? Weil du lost bist? Ne, ich bin vergotten. Hehehe. Wow, in mir gespawnt, das ist ja voll unfair. Ich nehme mir das Environment mit und kämpfe damit. Ich nutze das Environment. und spare mir ein paar Leben. Mein Bro verteidigt mich. Jetzt, wieso bleibt mir keine Popel hängen? Okay, sind hängen geblieben. Was? Gibt auch Bogartiers, haben fast denselben Effekt. Ach, deshalb verwechsel ich das, ne? Triggert der Finger die Sporen? Ich weiß, die sah gerade komisch aus, ne? Ich hätte bis Januar auch nur AfterWirft Plus. Oh, ich hab das Layout vergessen. Sorry. Hab's dann auf 200.000% gespielt, mich gefühlt wie der größte Isaac-Gott der Welt und mir dann Repentance geholt, ja. Ich hab am Anfang Repentance richtig gehasst, weil ich nur aufs Maul bekommen habe und nur durchgehend frustriert war. Ich mein, die haben ja auch mit Repentance erst so wirklich den richtigen Hard-Mode eingebaut, ne? Davor war der Hard-Mode gar nicht mal so hart. Oder besser gesagt, die haben in Repentance glaube ich eher den Normal-Mode genervt, ne? sodass der Hard-Mode mehr Unterschied hat. Irgendwie sowas. Doppelwurm! Den ganzen Stream heute das Gefühl, ich hab irgendwie so'n Frosch im Hals. und mich triggert den ganzen Stream schon meine eigene Stimme. Also das linke gibt mir halt ein paar Herzen, ne? Das rechte ist ein minimaler Damage ab. Und das gibt mir auch, glaube ich, so'n kleinen Schutz, ne? Jesus Juice ist halt ein minimaler Damage ab. Ich weiß nicht, ob der minimale Damage sich lohnen würde. Was sagt die Chat? Lohnt sich der minimale Damage ab? Oder soll ich lieber die Herzen mitnehmen? Du hast am Anfang behauptet, seit Repentance sei Isaac wie Hades. Jeder Run fühlt sich gleich shit an. Ja, anfangs halt, ne? Als ich halt nur aufs Maul bekommen habe. Ich mag Damage. Ja, ich mag auch Damage, aber... Ich mag auch... Ich meine, wenn wir das rote Herzen geben würden, dann wär's geil, ne? Ich brauch halt rote. Das gibt, glaube ich, auch Range ab. Kann ich nicht vielleicht gute Items bekommen? Oh, doch, so viel Damage? Okay, ich dachte, viel weniger. Ich dachte, ich krieg da so 0,5 oder so. Ja, komm, nehmen wir das HP ab mit. Nice. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt hat. So. Ja, mehr gibt's hier nicht, ne? Okay, das abhauen. Ui. Ui. Was weiß ich noch so schön ist hier. Ah, eine Münze fehlt mir. Vielleicht können wir die Buben wegsprengen hier. Die werden keine Münzen wahrscheinlich haben, oder? Gamble ich drauf mit meiner einzigen Bombe? Komm, ich gamble drauf. Oh, das ist noch eine Münze. Oh, ja. So. So. Okay. War geil. Ne, der Finger macht Damage auf das, was er zeigt. Ich kann theoretisch jetzt aufhören zu schießen und nur mit dem Finger kämpfen. Hab ich keine Gamba gestartet? Hab ich keine Gamba gestartet? Scheiße. Ihr sagt aber auch gar nix, ne? Oh, Doppelshot. Genau, ich kann die Gegner fingern. Im Melee ist er stärker? Okay. Ich wusste nicht, dass es da einen Unterschied macht. Jo, ihr steht neben mir. Oh, das ist unfair. Das ist unfair. Das ist unfair. Ja, springt ihr mal in mich rein. Oh. Oh. Oh, da unten. Lol. Einfach die Reflexe eines Gottes. Was ist der Gott der Reflexe? Das bin ich. Wenn es noch keinen gibt, dann bin ich das jetzt. Kegi. Gott der Reflexe. Weggenudelt die beiden, Alter. Schön über den Stein gehauen. Also in Hades gibt es Hermes, der dir einen Skill gibt, der Gottlike Reflexes heißt. Ist das echt so? Gibt es da so einen Eindruck? Wo hast du eigentlich drei Luck? Also ein Luck hatte ich bekommen durch eine Münze. Also so ein Lucky Penny. Ein Luck habe ich bekommen durch den Lucky Key oder wie der heißt. Und der dritte, keine Ahnung. Vielleicht habe ich mit dem gestartet. Wie funktioniert dieser Charakter? Er hat zwei Formen. Eine Form ist so ein Mealy-Ding, wo du mit seinem Knochen hauen kannst. Kannst aber den Knochen auch aufladen und dann kannst du ihn werfen. Und er hat nur eine zweite Form. Dann wird er zum Geist und benutzt normale Tränen, die halt spectral sind. Und kannst halt deinen Körper als Schutzschild verwenden. Und jeder hat sein eigenes Leben. Der eine hat die Knochenleben und der andere hat die blauen Leben. Und wenn einer von beiden stirbt, sterben beide. Der ist es. Danke. Devil Deal, Chat. Nee. Nee, ich trau mich nicht. Ich hätte es ja fast gemacht. Nein, nein, nein. Ja, wir gehen weiter. Ist Hard Mode. Hier habe ich Angst vor Devil. Hier habe ich Angst, nicht Tanky zu spielen. Vor allem, weil wir ja gleich einen neuen Boss am Ende haben. Der macht mir sehr viel Angst. Reingucken kostet nichts. Doch, doch. Weißt du, was es kostet? Dass ich dann verlockt bin, doch es auszugeben. Und wenn ich es nicht mache, dann bin ich den ganzen Run genervt, dass ich es nicht getan habe. Und wenn ich dann verkacke, dann schiebe ich es darauf, dass ich mich dagegen entschieden habe. Wenn ich es mitnehme, weil ich mich verlocken lassen hatte vom Teufel, dann werde ich mich am Ende noch verkacke. Dann werde ich mir einreden, der Devil Deal war schuld. Deshalb, wir gucken da gar nicht rein. Dann werde ich gar keine bad feelings haben. Ja, man kann schon bessere Items haben, ne? Das wäre die zweite Spritze. Die Spritze ist halt echt schwach an sich, ne? Nur Spritze kaufen für die Spritze? Nee, Kopfscheiß drauf. Hätte mit dem Devil Deal gewonnen. Hab mir gerade dein Seed angeschaut. Natürlich hast du das. Was sind diese Items? Dorkshit. Ich weiß nicht, ob das Geschenk sich lohnen würde. Ich meine, ich könnte das Geschenk aufheben und dann in den Zaki-Zaki-Raum reingehen. Und dann hoffen, dass ich da was Cooles bekomme. Yo. Okay. Im Angel-Deal? Ne, mit oder keine Bälle. Nein, wieso soll ich das mitnehmen? Bist du verrückt? Bist du des Wahnsinns? Das wird mich killen. Ja, wir behalten für Angel oder Devil, ne? Würde ich auch sagen. Und der macht ein Triple. Ja, ich renn genau rein. Nein, ich renn genau rein. Ja, das war das Herz. Schade. Jo, der Wurm. Der Wurm, da ist noch einer. Was, bitte, 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 bitte. Boah, das war eine katastrophal beschissene Ebene. Schade. Schade, 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 schade. Ah, gut. Mal ein Gebot. Der Hard-Mod ist halt doch etwas hart. Du nennst es hart. Ich sag, es ist scheiße. Boah. Ich mag einfache Spiele. Ich mag einfache Spiele. Jetzt Sacred Heart. Let's go. Oh. Ave Maria! Oooooooooooooooooh! Fucking casual nein du. Er schmeißt die Spinne in die Ecke rein! Junge der kann durch, meine Tante! Der kann einfach durchlaufen. Ich dachte der kommt an der Statue nicht vorbei. Einfach durchgemogelt. Äh wir nehmen das hier mit, na? Nein, ich throw hier gar nichts. Hier wird gar nichts geworfen. Eine Bombe? Nein. Das Ding ist. Vielleicht sollten wir die Maschine, die Spendemaschine am Ende, vielleicht lieber im Normal Mode füllen. Äh. Äh. Chat gewonnen? Gewonnen Chat? Das ist schön. Der ist ja noch! Ich hab ihn die Sowagen. Das ist ja noch. Das ist echt. Was ist das? Was ist das? Ich hab so gut wie gar keine Herzen mehr Also Holy Mantle is not bad Aber bringt das mir so viel Chat Im Greed Mode? Lädt sich das immer wieder neu auf? Bei jeder Welle? Ne ne? Nur wenn ich Räume wechsle Deshalb überlege ich vielleicht lieber das Buch mitzunehmen Aber dann muss ich die Turrets weglegen Das Schwert ist nicht so geil Du könntest jede Phase auf den Knopf Aber dann kriege ich ja weniger Geld Mit Holy Crown ist Mantle schon geil Ja Turrets behalten wir auf jeden Fall Ah der hätte jetzt Jetzt hatte ich drei Spritzen gehabt Naja was soll's Ja wir müssen Wir müssen im Normal Im Normal Greed Eigentlich Die Münzen grinden Das ist hier zu schwer Um Münzen zu sparen Da ist noch eine Spritze Jetzt hätte ich wirklich genug Spritzen gehabt Für die Spritzenformation Formation Es gibt sogar jetzt einen WoW Einen Battle Royale Stark Ich mein PvP gibt's ja schon seit Ewigkeiten Also why not ne? Ja ok Cheat gecheatet Überforderung Wie gut ist das denn? Boah ist das alles scheiße Ist das alles scheiße Ja Sacred Heart Sacred Heart Ja Leute, das mit dem Ultra Greed und mir, das wird glaube ich nichts Das war Tears Up Aber da ist noch die Spiele Oh mein Gott, der schießt noch. Ja, das Ding ist, Chad. Wann habe ich das letzte Mal Ultra-Greed gemacht? Wann habe ich das letzte Mal diesen Boss bekämpft? Vor drei Jahren oder so? Ich weiß nur, dass aus den Türen irgendwie Brimstone rauskommt. Irgendwie kommt aus den Türen Brimstone raus. An mehr erinnere ich mich nicht mehr. Regen Bogen! An mehr erinnere ich mich nicht mehr an den Türen Brimstone rauskommt. An mehr erinnere ich mich nicht mehr an den Türen Brimstone rauskommt. Oh mein Gott Ich dachte, ich ziehe ihn zu mir ran Und nicht andersrum Da hat mir mein Gehirn einen Streich gespielt Ja, ich habe verloren, Shit Game over Oh nein, die explodieren jetzt Seine Tränen explodieren jetzt Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ja, ich habe allein Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Chet. Junge, 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 Junge. Also wir grinden den Automaten definitiv nicht im Greedier-Mode. Definitiv nicht. Oh, man. Oh, man. Mit Lilith ist easy. Ja, ich kann Lilith nicht spammen. Der Automat wird dann immer früher und früher kaputt gehen. Ich muss die Charaktere wechseln. Kein Game Over. Es sah aber echt knapp aus. Das war echt gescherlich, ey. Das war echt gescherlich. Kuss an alle Believer. Glückwunsch. Oh Mann, ey. Ja, ähm. Ich mein, wir haben ja noch ein paar Charaktere, wo ich noch generell nicht Greed gemacht habe. und mit denen können wir halt da nochmal reinrennen. Mit Lazarus, Samson, Eve, äh, Poop. Mit denen können wir halt noch reinlaufen und normal Greed machen. Mit der Hoffnung, dass ich da auf die 800 komme. Wie viel braucht man, glaube ich, Chat? 875 oder so, ne? 875 für den Holy Mantle oder so, ne? Äh, wie viel muss ich in den Automaten stecken? Also, an sich komplett voll machen, die 999, aber, äh, ich ziele momentan erst diese, genau, diese 868 oder 875, die ziele ich momentan an, weil, dann schalten wir für, äh, für diesen Charakter ein Start-Item frei, wodurch dieser Charakter dann um einiges einfacher ist. Ah, ja, ja, ja. Das war auf jeden Fall ein erfolgreicher Stream-Chat.